UNTERTITELUNG Wen haben wir denn da? Auch ich werde dem Kind etwas schenken. Noch bevor die Sonne an ihrem 16. Geburtstag untergeht, wird sie in einen todesähnlichen Schlaf fallen! Du bist aber neugierig. Bring sie zu mir. Ich weiß, dass du da bist. Hab keine Angst. Ich habe keine Angst. Dann komm raus. Dann wirst du Angst haben. Die anderen Feen fliegen. Warum du nicht? Ich hatte auch mal Flügel. Sie waren stark. Doch sie wurden mir gestohlen. Es gibt Böses in der Welt. Hass und Rache. Bringt mir ihren Kopf. Ich rufe euch, die ihr im Schatten lebt. Kämpft mit mir! Ist das wahr? Bist du es wirklich? Maleficent, die dunkle Fee